So schluckelt prezise. Als allererstes beginnen wir die Zündkerzen rauszureißen, die zwölf Stück und danach wechseln wir die Stutzbatterie. Wir fangen mit der schönsten Sache an, die der 211er hat. Nicht nur der 211er, der 210er und der 124 hat das auch schön. Und zwar können wir die Motorhaube natürlich weiter aufstellen, dass wir gescheit arbeiten können. Da muss sich ewig die Runkel schlagen hier vorne an dem Kühler drin. Obwohl, dem passiert das auch so immer. Hier passiert das auch so hochgeklappt. Du haust dir immer den Schädel ein. So hoch die ganze Geschichte. Luftfilterkasten runter. Hatte ich noch gar nicht runter hier den Luftfilterkasten bei dem. Was machst du denn? So, legen wir mal hier zur Seite. So, und das ist, oh, die Ventildeckeldichtung sieht auch nicht mehr so gut aus. Die sollte man auch, naja, muss ich mal sehen. Vielleicht, ob ich die jetzt gleich mitmache, glaube ich nicht. So, als allererstes bauen wir die Zündspulen runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit man hier unten gescheit an die Zündkerzen kommt. Das ist zwar ein bisschen Arbeit, die Zündspulen rauszubauen, aber man kommt echt wesentlich besser dran. Wie gesagt, er hat zwölf Zündkerzen auf 6 Zylinder. Warum das so ist, möchte ich euch auch erklären. Und zwar ist es ja ein 3-Ventilmotor. Habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo erklärt. Und zwar hat er zwei Auslassventile und ein Einlassventil. Und damit man zentral das Gemisch entzünden kann, hat er quasi zwischen den großen Einlassventilen links und rechts die Zündkerzen sitzen, damit eben eine saubere Verbrennung stattfindet. Damit Fehlzündungen bzw. Zündausatzer vermieden werden. Deswegen hat der Motor eine Doppelzündung. Das Ärgerliche daran ist, wenn von diesen zwölf Zündkerzen ein, zwei oder drei kaputt sind, merkt man das nicht unbedingt. Er zündet nur teilweise schlecht. Er läuft aber eigentlich sonst so ganz normal. Man merkt das nur im hohen Kraftstoffverbrauch, am schlechteren Ansprechverhalten, aber er läuft sonst nur auf 6 Zylindern. Und der läuft echt hier jetzt mega schlecht. Und ich gehe davon aus, dass von diesen zwölf Zündkerzen echt einige kaputt sind. Ich fange jetzt wie gesagt an, die Zündspul das mal runterzubauen. Doma, ich brauche Werkzeug! Musik So, Zündspulen sind alle los, alle sechs. Die bammeln jetzt hier rum an den Zündkabeln. Wie gesagt, jetzt muss man aufpassen, dass man wirklich die Zündkerzenstecker am Metall rauszieht und nicht am Kabel reißt oder sowas. Wir haben hier auch so eine Spezialzange dafür, die zeige ich mal eben, wo man wirklich am Metall anfassen kann. Aber man muss mal gucken, womit man am besten immer klarkommt. So, damit komme ich jetzt hier nicht klar, dann ist dieser hier besser. So, das ist nämlich ein Hauptproblem, dass wenn man nämlich anfängt, hier an den Kabeln zu ziehen oder sowas, dass man dann hier wahrscheinlich schon eine Brücke reinbaut. Und dann gibt es hier einmal unten eine Zündkerzenfunk, einen schwachen und hier oben eine. Und dann hat man nämlich schon Zündaussetzer. Also das ist wirklich ein bisschen, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, das macht man wirklich hier oben schön mit so einer, wie mit dieser Spezialzange greift und schön rauszieht. Die sind auch ziemlich fest drauf, weil die Fahrzeuge eben halt, weil die Zündkerzen eben halt so lange da drin sind. So, Zündspule 1, die kann man ruhig vertauschen, die kann man ruhig vertauschen, das ist kein Problem. So, Zündspule 2, die kann man ruhig vertauschen, das ist kein Problem. So, Zündspule 2, die kann man ruhig vertauschen, das ist kein Problem. So, Zündspule 3, die kann man ruhig vertauschen, das ist kein Problem. So, Zündspule 3, die kann man ruhig vertauschen, das ist kein Problem. So, jetzt kann man sich den Unterschied ganz genau angucken. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Jetzt machen wir sie neu rein. Das ist schon ein bisschen ein bisschen. So, Drehmomentschlüssel, die kriegen 25 Newtonmeter. Toll. Ich hab da was hingelegt. Guck wie da ist dran. Gar nicht. Viel geduldig. Schön. Kannst du mal gleich unten draus fummeln. Guck. 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 Was? Oder hast du saubere Finger. Lassen wir mal laufen. Guck mal ob alle 6 da sind. Ist das raus? Alles raus. Ist das startet? läuft fantastisch so jetzt brauchen wir die stützbatterie aus so die befindet sich hier drunter und die ist wie gesagt dafür verantwortlich dass immer das rote zeichen kommt batterie werkstatt was sieht so nun ganz aus guck mal ob ich das hier auch so Also, wenn die nicht fertig ist, also diese hier ist noch von 2004, also ist die erste Stützbatterie, ich denke ja, dass die mal raus kann. Oh ja, so. 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 War echt die erste Stützbatterie drin, stand noch 2004 drauf. So. So, wo wir mal klappen. Ne, ne, ich schicke das, das ist 230 glaube ich. So. 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 Alles fertig. So. Die Kerzen sind neu, 25 Newtonmeter die Kerzen. Die Zündspulen könnt ihr theoretisch vertauschen, aber ihr müsst gucken, weil die Zündung von der einen zur anderen Kerze etwas zeitversetzt ist. Da steht auf der Zündspule drauf A und B. Auf dem Ventildeckel auch A und B nicht, dass ihr nicht vertauscht, dann kann das sein, dass es ein bisschen räudig läuft. Ne. Ach du Oma, kannst du noch mal eben kurz die Schlüssel rumdrehen und gucken, ob die rote Lampe nicht mehr angeht? Ja. Weil ich habe die Hände noch dreckig und die wollte ich mir erst waschen, aber ich habe das Video gerade am Laufen. Musst du so machen wie wir. Was? Musst du so machen wie wir. Nicht arbeiten oder was? Ne, nach dem Arbeiten Hände waschen und dann das Auto steigen. Ach so, ja genau. Ja, aber ich bin das Video gerade am Laufen. Und gleich bin ich hier verschwunden, die machen drei Kreuze, die Jungs hast dich verschwunden, dann können sie nämlich ihr Radio wieder anmachen. Ja, aber ich habe hier. Ja, ja. Ich habe mal geschwunden, ob die scheißrote Lampe noch kommt. So, das sieht gut aus. Oh, wir nehmen mal eben. Doch, immer noch. Warum? Ja, wir müssen mal ein bisschen warten, vielleicht ist die neue Batterie auch noch gar nicht voll. Wir müssen noch ein bisschen warten. War ich das auch noch hier? Ja, die waren nur trocken vorgeladen, die haben wir nur mit Säure befüllt. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen warten, die legt sich ja auf. Nur die andere von 2004 war ja ganz tot. Wenn die irgendwie nicht richtig vorgeladen wurde oder sowas und die nur acht wollte, dann kommt der Fehler natürlich wieder. Wollen wir mal sehen. Wir haben auf jeden Fall unser Bestes getan. Wir haben neue Kerzen schön drin, wir haben die Batterie drin. Und mehr kann man jetzt nicht tun. Ja, jetzt haben wir es frei. Ja, die Karate hat ein bisschen Wartungsstau. Aber er ist eh nicht tot zu kriegen, von daher ist es egal. So, ich schneide euch erst mal das Video zurecht. Bis später. Achso, morgen geht es da dran. Achja, SPC-Bremse, Scheiben bremsen und Belege wechseln. Zeigen wir euch auch, wie man das SPC-System abschalten will. Können wir nur vor Waren SPC-Bremse nicht selber machen. Weil wenn man die Finger dazwischen hat und die fährt auf einmal zu, dann sind die Finger nämlich ab. So, bis später. Tschüss. 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 Tschüss.